Hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas traurigen Anlass heute und zwar geht es heute um die DMZ und die Zukunft der DMZ, denn wir haben News und zwar ging es letzte Woche ja darum, dass ein Community-Update rausgekommen ist und offizieller Seite hieß es, dass die DMZ in der Beta weiterhin supported wird und man weiterhin auf Almasra und Co. infiltrieren kann. Jetzt ist es so, dass dieser Text auf zwei Arten interpretiert werden konnte. Einmal, okay, supergeil, es geht weiter und auf der anderen Seite, ja, mhm, das heißt aber nicht, dass es komplett einen Support bekommt, also Updates, neue Waffen, neue Missionen, neue Maps, denn sonst würde hier stehen, dass es ja in Modern Warfare 3 integriert wird, beziehungsweise auf die neue Vosom-Map auch weiterkommen wird. Und ja, das war natürlich ein Punkt, wo die Interpretationen auseinander gehen, also man konnte diesen Text auf die eine oder andere Seite interpretieren, aber eigentlich sollte man sich erstmal freuen, dass es überhaupt weitergeht und keine Überinterpretationen ausführen hier, weil das natürlich zu nichts führt. Jetzt ist es aber so, dass wir die nächste Information haben und zwar von Geeky. Geeky ist ein Content Creator aus England, er heißt Geeky Past Times und streamt schon seit einiger Zeit auf Twitch und auf YouTube und ja, er macht das Ganze momentan Vollzeit, das heißt, es ist sein Job und warum ich das hier an dieser Stelle so sage, es ist, glaube ich, relativ wichtig, erstmal zu gucken, wer das ist und wer welche Aussagen getroffen hat, um dann am Ende vielleicht besser beurteilen zu können, was das alles überhaupt zu bedeuten hat. Und deswegen hier ein ganz kurzer Blick auf seine Daten und zwar ist er auf Twitch mit 15.207 Followern momentan am Start und wenn wir uns seine Livestreams anschauen, sehen wir, dass er momentan gar keine Livestreams macht oder sie zumindest nicht dokumentiert. Ich selber kenne ihn jetzt nicht, ich kann es nicht genau sagen, ob er auf Twitch und auf YouTube streamt, also als Multistreaming oder nur auf einer Plattform. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass hier kurze Clips hochgeladen sind, aber so lange Streams sind nicht da und hier der letzte Stream vor vier Tagen, vor drei Tagen ein kurzes Statement von dem CodeNext Event. Auf YouTube hat er 39.100 Abonnenten und ist da übrigens seit 2021 aktiv, während er da auf Twitch seit 2020 aktiv ist. Wir sehen hier die dokumentierten Livestreams, Größenordnungen um die 1.000, entsprechende Zuschauermenge kann man sich das ungefähr vorstellen. Und ihr seht, hier gibt es dann entsprechend einen Sprung zu dem Event, wo er einfach die dreifache Aufrufmenge hat und zwar fast 3.000 Aufrufe, während der Rest ungefähr bei 1.000 liegt. Bei dieser Feststellung der Daten geht es jetzt primär darum, so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit auch zu auszuleuchten. Ich möchte niemandem was Schlechtes unterstellen, auch ihm auf gar keinen Fall. Aber dennoch ist es wichtig, alles so ein bisschen an ein neutrales Licht zu bringen. Wie viel Erfahrung hat er, kann er vielleicht was missverstanden haben und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die wir besser beurteilen können, wenn wir seinen Hintergrund, seine Vita kennen. Was wir jetzt hier sehen ist, dass er auf dem CodeNext Event eingeladen ist. Er ist natürlich jetzt mit seinen 40.000 Abonnenten ein relativ kleiner Creator und er sagt das auch in einem Livestream. Ich habe ihn rausgesucht, also man kann ihn auf YouTube sich anschauen. Ich werde euch den Livestream gerne verlinken, wer selber gerne reingucken möchte, was da alles gesagt wurde. Und in diesem Livestream sagt er halt, dass es für ihn das erste Mal ist, dass er auf so einem Event eingeladen ist, dass er sich mega freut. Wenn man sich jetzt seine Videos anschaut, die Aufrufzahlen, da sind die in letzter Zeit auch eher so sagen wir mal im dreistelligen Bereich gewesen. Also es ist wirklich eine Ehre von Activision, dass sie ihn hier eingeladen haben. Und er selber interpretiert es auch so, dass er halt nicht als E-Sportler eingeladen wurde, sondern als einen Content Creator, der eben anderen Content macht. Also sehr viel DMZ, Exception Loot Shooter Bereiche abklopft und da vielleicht so ein bisschen anderes, einen anderen Bereich nochmal an Content bringt, wie die großen Battle Royale Streamer. Er selber sagt jetzt, dass er seit Montag auf dem CodeNext Event war in Los Angeles und da mit sehr vielen Content Creator gesprochen hat. Und auch mit sehr vielen Mitarbeitern von Call of Duty ein Gespräch führen konnte, ein bisschen Smalltalk. Und unter anderem war da eben der Creative Director von Raven Software dabei. Und das ist jetzt das Problem, denn wir müssen uns komplett auf sein Wort verlassen über die Aussage, die jetzt getroffen wird, weil wir keine Bestätigung haben von offizieller Seite. Aber er glaubwürdig vermittelt, diese Aussage von diesem Creative Director bekommen zu haben. Es gibt dazu zwei Szenen in dem Livestream, die ich rausgesucht habe, wo er was über DMZ gesagt hat. Und das ist jetzt die erste Szenen, die ich euch einmal vorspielen möchte, was genau sein Wortlaut war, was er genau gehört hat. So, DMZ, T-Bisco, they've said it is, as far, I spoke to the Creative Director of Raven about it. I asked, he said, as far as he knows, because Raven isn't anything to do with DMZ, DMZ is staying tied to Modern Warfare 2. So, no new movement, no new guns, no new perks system, none of that stuff is coming to DMZ. DMZ will stay, as it is now, tied to Modern Warfare 2. Wie es da weitergehen wird. Aber er sagt, dass dieser Director gesagt hat, es wird an Modern Warfare 2 gebunden. Was bedeutet das in letzter Konsequenz? Dass die ganzen Entwicklungsstufen, die wir jetzt in Modern Warfare 3 bekommen, das neue Movement, die Weiterentwicklung und auch die Warzone Map, die jetzt neu kommen wird, nicht Bestandteil sein wird für DMZ, wenn die DMZ nicht sozusagen übertragen wird nach Modern Warfare 3. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, dass die DMZ nicht weiterentwickelt wird und an diesem Punkt bleibt, wo sie jetzt ist. Also keine Weiterentwicklung erfahren wird, was jetzt Waffen oder Maps oder sonstige neue Items und so weiter angehen wird. Also sozusagen Stillstand in der Entwicklung der DMZ. Während dann Zombies in diesem Code Next Event revealed wurde, hat er einen weiteren Beitrag zu DMZ gegeben. Also sind wirklich die zwei einzigen Szenen, die ich finden konnte, wo er was konkret gesagt hat. Und hier ist es, finde ich, nochmal etwas deutlicher zu verstehen. So, DMZ, I think I can try and tell you about DMZ. I spoke to Ted, I spoke to Ted Simmons about DMZ and it is, it is, his answer was basically as far as he's aware and he didn't know for sure, because Raven aren't anything to do with it, Raven aren't touching DMZ. But as far as he was aware, DMZ is going to stay locked to Modern Warfare 2, which means no new guns, no new movement, no new choose what elements of the game to install. It'll be like that, like, like, it'll be a separate thing to Modern Warfare 3 and Modern Warfare 3 Warzone. Like, that'll be completely disconnected. So, yeah, that's from the creative director of Raven, who, like I said, isn't working on DMZ and hasn't worked on DMZ, so, you know, it might not be quite as straightforward. Okay? Hier spricht er konkret den Namen aus, also Ted Simmons, creative director von Raven Software und er bestätigt hier auch nochmal, dass es diese Person ist und diese Person, die er wirklich nicht viel mit DMZ zu tun hat. Was er auch nochmal in diesem Beitrag sagt, er sagt, ja gut, eigentlich haben sie ja nicht direkt was mit der Entwicklung zu tun und deswegen sagt er, dass der Creator gesagt hat, der Director gesagt hat, soweit er weiß oder soweit er das beurteilen kann, dass die DMZ nicht so weiterentwickelt wird, dass sie an Modern Warfare 2 gebunden ist und er hat hier nochmal ganz konkret aufgezählt, dass es da entsprechend keine Weiterentwicklung geben wird, was Waffen angeht, was neue Systeme angeht und so weiter, sondern dass DMZ zwar am Leben gehalten wird, die Server laufen weiter, aber dass es in der Entwicklung komplett eingefroren ist. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich soweit ausgeholt habe mit der Vorgeschichte von Giki, bestimmt ein super netter Content Creator, gar keine Frage und man sieht auch, ich glaube, man kann es sehen, dass er auch das glaubt, was er gerade sagt. Das Problem ist hier, ich habe zwei große Probleme mit dieser ganzen Geschichte. Das erste ist, dass Giki eben nicht einer dieser riesen Content Creator ist, sondern er sozusagen in diesem großen Konglomerat an 250 Streamern, die auf diesem Event eingeladen wurden, er sozusagen eine Nebenrolle gespielt hat und eine Nische bedient hat, die aber natürlich auf seine Art und Weise sehr, sehr wichtig ist und Activision hat auch seinen Grund gehabt, ihn da einzuladen, was natürlich eine ganz tolle Sache ist auch für ihn. Das kombiniert jetzt mit der Tatsache, dass der Creative Director eine Aussage trifft, der eigentlich mit DMZ nichts zu tun hat über die DMZ. Zu einem Zeitpunkt, wo wir so viele Diskussionen haben über die Zukunft von DMZ, ist auch sehr, sehr merkwürdig, weil das natürlich sehr viel Öl ins Feuer gießt. Also, dass ein Creative Director, eine ganz hohe Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, in dieser Entwicklungsfirma ein Gespräch führt mit einem, sagen wir mal, nicht der größten Content Creator über ein Thema, was so heiß ist und das in einem Nebensatz plötzlich praktisch fallen lässt, kann nur zwei Sachen bedeuten. Entweder, das Ganze ist in einer Umgebung passiert, wo vielleicht auch ein bisschen Alkohol oder Sonstiges im Spiel war und das vielleicht etwas missinterpretiert wurde. Ich glaube, Giki, dass er das so meint, wie er es sagt, aber vielleicht hat er es nicht 100% korrekt verstanden und etwas Falsches aufgefasst in dieser Situation wiedergegeben. Ehrlich gesagt halte ich das aber für unwahrscheinlich. So wie er mir den Eindruck hier hinterlässt, kann man auf sein Wort hören. Die zweite Möglichkeit, und das ist eine sehr traurige Möglichkeit und das ist die wahrscheinliche, ist, dass der Director es anscheinend für relativ unwichtig gefunden hat, an dieser Stelle nicht über dieses Thema zu reden. Dass er dieses Thema sozusagen als kleine Nebensache für sich selber interpretiert hat, DMZ und die Zukunft und dass es an Modern Warfare 2 gebunden ist. Das in einem Nebensatz rauszulassen zu, sage ich mal, einer Person, die dieser Director gar nicht kennt und damit, was weiß ich, was auslösen könnte. Anscheinend sind diese Prozesse schon so weit abgeschlossen. Wer weiß, wie er auch an diese Information angekommen ist, ohne die Aussage, dass es unter Geheimhaltung ist oder sonst was. Also sprich, dass so ein wichtiges Thema so nebensächlich behandelt wird. Spricht noch weiter dafür, dass das, was wir gehört haben, korrekt ist, dass DMZ auf dem Abstellgleis ist und dass es momentan gar keine Rolle mehr spielt, wer welche Aussagen darüber trifft. Weil daraufhin sich alle, sagen wir mal, weiteren Artikel bezogen haben auf diese eine Aussage von Gigi Past Times. Und ich möchte da nur mal auf diesen Artikel verweisen von TrippieLeaks.com, die mit als erstes wohl diese Aussage aufgegriffen haben. Mittlerweile wird es mehr und mehr rumgereicht. Auf Twitter sehen wir immer mehr Einträge. Und hier sehen wir auch, COD-Borsohn 2 wird an Modern Warfare 2 gebunden. Dann haben wir hier die Korrektur dazu, zu der Community-Aussage am Anfang der Woche, dass es revidiert wird an dieser Stelle, dass es missinterpretiert wurde, dass die DMZ weitergeführt wird, dass es eine Missinterpretation war, dass sie nur am Leben erhalten wird. So wird es jetzt korrigiert. Hier ist die Original-Aussage von Dienstag. Und dann sehen wir hier unten die Aussage von, oder die Erwähnung von Gigi Past Times. Und hier die Erwähnung des Creative Directors und ihre entsprechende Aussage und Interpretation über diese Geschichte. Und das ist das, was am Ende des Tages auch an die Leute weitergegeben wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich an dieser Stelle sagen soll. Zu so einem Zeitpunkt, wo wir 2024 drei große AAA-Entwickler haben, die in den Bereich des Exception-Looter-Genres einsteigen. Jetzt, wo Activision mit DMZ so ein Zugpferd oder so ein Pferd im Stall hat, welches schon so fortgeschritten ist und so viel Potenzial hat. Jetzt zu sagen, wir frieren das ein. Das heißt nicht, dass die DMZ am Ende ist. Kann sein, dass sie für ein Jahr eingefroren ist, weil jetzt der ganze Fokus auf Modern Warfare 3 Zombies liegt. Wo wir übrigens eins zu eins das identische DMZ in der Erweiterung haben. Also was wir jetzt gesehen haben, ist ein DMZ in Modern Warfare 3, welches weiterentwickelt wurde. Also wir könnten jetzt weiter interpretieren, dass seit Season 5 die Entwicklung eingefroren wurde und sämtliche Entwicklungen nur noch in Modern Warfare 3 DMZ reingegangen sind. Weil wir da nämlich wirklich eins zu eins das DMZ sehen. Aber sozusagen das DMZ Plus. Also wir sehen verschiedene Bereiche, die verbessert wurden. Als Beispiel zum Beispiel eine verbesserte Struktur der Missionen. Man muss jetzt nicht mal drei Missionen auswählen, man wählt nur noch eine einzige Mission aus. Geht rein und wenn diese Mission abgeschlossen ist, in Modern Warfare 3 DMZ Zombies sozusagen, dann kommt eine Anzeige, herzlichen Glückwunsch, Mission erfüllt. Und die nächste Mission startet direkt. Also man muss nicht mal zurückgehen in die Basis, eine neue Mission auswählen, wieder infiltrieren. Ihr seht, das sind ganz kleine Veränderungen, aber davon gibt es sehr, sehr viele. So dass man sieht, die DMZ wurde sozusagen weiterentwickelt. Aber eben nicht mehr auf der Originalschiene, sondern auf der Schiene von Zombies. Ich hoffe ja immer noch nach wie vor, dass die Möglichkeit 1 doch die richtige ist. Dass da vielleicht eine große Party war und vielleicht das eine oder andere Gläschen zu viel gehoben wurde und eine Falschaussage getroffen wurde. Wir können darauf natürlich nicht bauen. Das ist unwahrscheinlich, aber ich hoffe weiterhin. Es ist sehr, sehr traurig, so eine Nachricht auf diese Art und Weise zu hören. Ich bin wirklich enttäuscht. Und ja, ich fühle mich auch so ein bisschen, ja, ich bin auch ein bisschen wütend, dass es auf diese Art und Weise vermittelt wurde. Und dass diese Entscheidung getroffen wurde, in dieser Zeit jetzt vor allem, wo X-Factual Loot Shooter kommen. Und es so wichtig gewesen wäre, dass die DMZ ihren Platz oben hält und einnimmt und sich vielleicht sogar behaupten kann, gegen die Großen, was da alles kommt, Bungie mit Marathon, PUBG, Division Heartland und so weiter, dass sie da ihren Platz verteidigen können. Dass es denen anscheinend so egal ist momentan, das überhaupt zu versuchen. Und stattdessen die DMZ-Schiene auf Zombies umfahren. Ja, ich weiß nicht. Ich rede mich jetzt gerade auch ein bisschen um Kopf und Kragen, glaube ich. Deswegen mache ich hier Schluss. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir hoffen auf neue Informationen. Kurz vor Season 1 spätestens, also vor dem 6. Dezember. Aber wahrscheinlich schon vor dem 10. November werden wir Neuigkeiten bekommen. Also bis dahin abwarten und Tee trinken. Ich mache noch nicht zu viele Sorgen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Traurige Grüße gehen raus. Ich sage hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.